23 Börse-People Are now in Season 5 Presented by Freisinger Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse-People Und diese Season 5, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 5 ist Markus Hoskowetz. In der ÖKB zuständig für internationale Beziehungen, Analysen und Nachhaltigkeit. Mit im Gepäck hat er heute die neue Finanzierung Export-Invest Green Energy und den ÖKB ISG Data Hub. Lieber Markus, herzlich Willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wir haben etliche Themen vorgesprochen, ganz aktuelle Themen auch von der ÖKB. Aber zuerst Werdegang Personality. Interessiere ich mich für deinen Werdegang. Du bist ja kein klassischer Banker, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Wie ist es bei dir losgegangen und wie bist du dann in die ÖKB gekommen, vor, glaube ich, knapp 15 Jahren? Also von der Ausbildung her bin ich Betriebswirt und Bauingenieur und habe auch früher als Bauphysiker gearbeitet und habe mich da mit der Energieoptimierung von Gebäuden befasst. Das heißt, da gab es eigentlich auch schon einen Nachhaltigkeitsbezug. Und ich hatte dann irgendwann genug davon und wollte etwas machen, wo ich auch das BWL-Studium mehr anwenden kann. Und auch etwas, wo ich einen größeren Hebel habe, der österreichischen Wirtschaft etwas Gutes zu tun. Und da war dann eigentlich der Wechsel in die ÖKB genau der richtige Schritt. Die ÖKB ist ja ein sehr angenehmer Arbeitgeber. Die Tätigkeit ist sehr interessant und wir wurden ja auch dieses Jahr zur Besten Bank Österreichs gewählt, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben. Dazu möchte ich gratulieren, zu dieser besten Bank Österreichs auf jeden Fall. Und es ist ja mit dem Gebäude optimieren Energie, das war damals schon Early Bird eigentlich in dieser Hinsicht, oder? Wann war das so? In den Nullerjahren nehme ich an, oder? Ja, also die Wohnbauförderung ist ja damals schon an gewissen Energiekennzahlen gehangen. Und so vieles, was ich damals erlebt habe, auch betreffend Digitalisierung, wiederholt sich jetzt mit einer gewissen Zeitversetzung im Bankwesen. Und es gibt gewisse Wiedererkennungseffekte. Also Nachhaltigkeit sehr früh in deiner Karriere auch schon ein Thema gewesen und hat dich begleitet. Kann man so sagen, ja. Und deine ersten Aufgaben in der ÖKB waren dann welche? Ja, es gab damals eine Abteilung, inzwischen ist das mehrfach umorganisiert worden. Die hat sich mit der Prüfung der Umwelt- und Sozialauswirkungen der Projekte befasst, die die ÖKB unterstützt. Wir sind ja da durch internationale Regeln von der OECD verpflichtet, die Projekte zu prüfen. Ich habe dann nach einiger Zeit gewechselt in die Kundenberatung, weil es mich halt auch interessiert hat, was die ÖKB so für Produkte anbietet, um da ja auch ein bisschen ein breiteres Bild zu bekommen. Und jetzt bin ich eigentlich wieder dort gelandet, wo ich begonnen habe, nämlich bei der Nachhaltigkeit. Jetzt die Kunden der ÖKB, das sind zum einen Banken, nehme ich an, und dann zum anderen auch große österreichische Unternehmen und bei dir in der Spezialdisziplin Exportorientierte, nehme ich an, oder? Also, was der Kunde der ÖKB ist, darüber kann man trefflich philosophieren. Bei der Exportfinanzierung sind es die Banken, die von uns günstige Liquidität bekommen. Und auf der anderen Seite sind es Haftungsübernahmen der Republik, die wir prüfen und abwickeln und begleiten. Und da sind die Kunden dann Banken und österreichische Unternehmen. Und mit denen arbeitet ihr zusammen, habt so diverse Programme und so weiter. Und ich lese jetzt mal vor, Managing Director International Relations, erst haben wir es auf Deutsch gesagt, Analysis and Sustainability International, genau. Ja, das ist ein großer Aufgabenbereich. Was kann ich mir unter Analysen vorstellen? Ja, das geht von der Bilanzanalyse über die Umwelt- und Sozialauswirkungen von Projekten, Länderanalyse, Reputationsrisiko. Also das ist wirklich eine sehr breit gefächerte Tätigkeit, was das Ganze halt auch sehr interessant macht. Und die internationalen Beziehungen, kann man sich natürlich vorstellen, was damit gemeint ist, aber im Speziellen? Also die EKB ist ja die Export Credit Agency von Österreich. Das heißt, eine Institution, die durch die Abwicklung von staatlichen Risikoübernahmen der eigenen Exportwirtschaft Rückenwind verschaffen will. Und sowas gibt es eigentlich in jedem zivilisierten Land. Das heißt dann halt anders, macht aber dasselbe. Und um hier eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, um ein Level Playing Field herzustellen, gibt es da eine Harmonisierung auf OECD-Ebene. Und natürlich spielt da auch die EU mit. Das heißt, alles, was da entschieden wird, um dieses Level Playing Field herzustellen, herzustellen, das wird sehr gründlich abgestimmt auf internationaler Ebene. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Sache, die auch viele Schnittstellen zur Nachhaltigkeit hat. Es hat sich ja die EU, die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Es ist ja auch bei diesen OECD-Exportkreditagenturen die Nachhaltigkeit ein sehr aktuelles Thema. Und auch wir als Bank haben ja viele Hausübungen, so wie alle Banken, im Bereich Nachhaltigkeit, wobei wir uns halt bei gewissen Dingen leichter tun, weil das Thema halt schon seit 20 Jahren bei uns aus mehreren Gründen sehr groß geschrieben wird. Und ihr seid ja auch ein erfolgreicher Emittent von ESG-Bonds immer wieder gewesen, auch in den vergangenen Jahren. Also man kann sagen, dass du nicht nur die Interessen der ÖKB international vertrittst, sondern eigentlich auch Österreichs, oder? Weil das doch ein Rattenschwanz an Unternehmen hat, die von eurer Profession eigentlich profitieren können. Also wir beraten das Finanzministerium bei diesen internationalen Themen. Und alles, was die ÖKB tut, hat ja letzten Endes den gemeinsamen Nenner, dass man der österreichischen Wirtschaft Rückenwind verschaffen will. Zum Beispiel mit einer neuen Finanzierung, die du mitgebracht hast, habe ich mal so anmoderiert. Export Invest Green Energy. Bitte da ein paar Worte dazu, Markus. Ja, also die ÖKB bietet ja schon sehr lange Investitionsfinanzierungen für österreichische Exportunternehmen an. Das war eigentlich ursprünglich für Investitionen im Ausland gedacht. Also wenn ich ein Unternehmen im Ausland kaufe oder eines gründe, vorausgesetzt, dass man einen positiven Leistungsbilanzeffekt hat, weil man zum Beispiel einen neuen Markt ausschließt. Das wurde dann vor einigen Jahren ausgeweitet auf Investitionen von österreichischen Exportunternehmen im Inland. Wenn man sich zum Beispiel eine neue Produktionshalle baut. Das heißt Export Invest, dieses Produkt. Vor drei Jahren haben wir dann einen Bonus für Umweltschutz eingeführt. Das heißt dann Export Invest Green. Das heißt, wenn ich besonders umweltschonende Investitionen mache, dafür gibt es einen Kriterienkatalog, dann kann ich mehr als meine Exportquote finanzieren. Bei der normalen Export Invest, wenn ich 50 Prozent Exportquote habe, könnte ich 50 Prozent meiner Halle finanzieren. Wenn das eine Export Invest Green ist, könnte ich 20 Prozent mehr, also 70 Prozent finanzieren. Und das Allerneuste, der letzte Schritt ist halt die Export Invest Green Energy, die speziell dafür gedacht ist, dass man von fossiler Energie auf erneuerbare Energie umsteigt. Da sind dann noch höhere Prozentsätze möglich zu finanzieren. Man kann bei einer Exportquote über 50 Prozent sogar die gesamte Investition finanzieren. Und auch die staatliche Risikoübernahme ist danach gestaffelt, wie grün diese Investition ist. Und bei der Export Invest Green Energy kann man da natürlich vorausgesetzt, die Bonität passt, sogar 70 Prozent Risiko durch die Republik übernehmen, um eben den Unternehmen den Ausstieg aus der fossilen Energie und den Umstieg auf die Erneuerbare zu erleichtern. Und wie lange gibt es diese Finanzierung jetzt schon? Ist ganz aktuell nämlich. Ist ganz neu. Die Export Invest Green Energy ist ganz neu. Und die Anfragen sind natürlich sehr zahlreich, weil das eben ein sehr attraktives Produkt ist, weil man ein großes Volumen und viel Risiko darstellen kann. Und ich denke, auch zu günstigen Konditionen wird das darstellbar sein, oder? Genau so. Die Banken können günstigere Konditionen ja dadurch darstellen, dass man ihnen mit der staatlichen Risikoübernahme hilft und auch mit unserer günstigen Liquidität, damit dann ein attraktives Paket für das Exportunternehmen herauskommt. Und richtet sich das Angebot nur an österreichische Unternehmen oder auch an Unternehmen, die am Standort Österreich stark sind? Viele Mitarbeiter haben hohe Wertschöpfung oder so und internationale Unternehmen aber sind. Ja, man muss schon in Österreich im Firmenbuch stehen. Okay. Und man schaut natürlich bei jeder Finanzierung auch an, ob jetzt der Wirtschaftsstandort Österreich davon einen Vorteil hat. Und wie erfolgt da quasi dann der Informationsfluss? Jetzt gibt es da ein neues Finanzierungsprogramm, in dem Fall jetzt diese Green Energy Geschichte. Wie erfahren die Unternehmen davon? Habt ihr da spezielle Veranstaltungen, Ausbildungen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, wir haben ja eine sehr aktive Marketingabteilung, die auf allen Kanälen immer die Leute informiert. Wir haben Aussendungen gemacht, wir informiert natürlich die Banken ganz an erster Stelle, weil die halt den direkten Kontakt zum Kunden haben, noch mehr als die ÖKB es hat. Wir machen Mail-Link-Aussendungen. Ich bin heute beim Podcast, erzähle darüber und bei allen Veranstaltungen… Danke dafür, Herr, genau. Ja, ich danke für die Heilung. Bei allen Veranstaltungen in der nächsten Zeit wird natürlich auch diese Export-Invest-Green-Energy ein Thema sein. Und ihr arbeitet da, nehme ich an, mit vielen größeren Banken, nicht mit einer exklusiv, sondern der Kunde soll bei seiner Hausbank dieses quasi in Anspruch nehmen können, oder? Die Kontrollbank hat ja ein besonderes Verhältnis zu den österreichischen Banken. Sie sind auf der einen Seite unsere Eigentümer, auf der anderen Seite unser Vertriebsapparat, wenn man so will. Aber es ist so, dass eigentlich fast alle österreichischen Banken, die großen sowieso und die kleineren auch zu seinem großen Prozentsatz unsere Produkte kennen und anwenden. Und bei allen diesen Finanzierungen, die ich genannt habe, also von den Auslandsinvestitionen über die Inlandsinvestitionen, die Grünen und die zum Umstieg auf die Erneuerbare Energie, diese Finanzierungen funktionieren eigentlich technisch sehr ähnlich. Das heißt, die Banken kennen sich sehr gut damit aus, wie das funktioniert, und darum wird das auch so gut angenommen. Wunderbar. Und gibt es da ein maximales Volumen, oder hat man da eine Zeitspanne, in der man sich für das Programm irgendwie interessieren kann, oder ist das einfach offen, weil man durch den Steuerungseffekt auch möglichst viele natürlich zum Ausstieg aus den oder Umstieg aus den Fossilen bringen will? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Finanzierungsform, die ja wirklich eine hervorragende Idee ist und die auch so nachgefragt wird, dass man die dann wieder abstellt. Und bis jetzt ist die Produktpalette der ÖKB eigentlich immer breiter geworden und die Unternehmen und Banken erfreuen sich darüber, dass wir so eine Fülle von einfachen und bürokratischen Lösungen haben. Vor allem in der Pandemie war es sehr, sehr schnell, wie ich von vielen Unternehmen auch gehört habe, da auch mit so finanzierungsmodellen wirklich zu helfen, auch dem österreichischen Standort. Gut, ein zweites Produkt hast du mitgenommen, sage ich jetzt nochmal, und zwar ISG Data Hub, Data Hub, Data Hub. Ein Drehkreuzer Verteilerzentrum ist so ein Hub. Was kann ich mir aber unter eurem Data Hub oder Data Hub vorstellen? Also die Idee zu unserem ÖKB ISG Data Hub wurde eigentlich, aber man kann ja auch Data Hub sagen, die wurde eigentlich 2021 in Alpbach geboren. Da gab es ziemliche Kritik von den Unternehmen, dass die Banken mit unterschiedlichen Fragebögen zum Thema Nachhaltigkeit auf ihre Kunden zugehen. Und man hat sich da sehr deutlich gewünscht, dass die Banken hier eine abgestimmte Vorgangsweise finden. Man kann jetzt den Banken keinen Vorwurf machen. Sie müssen ja aufgrund verschiedener regulatorischer Vorschriften Nachhaltigkeitsdaten von ihren Kunden haben. Und es ist halt nicht genau definiert, wie der Inhalt auszusehen hat. Das heißt, es ist eigentlich ganz logisch, dass da jede Bank einmal im ersten Schritt mit einem Fragebogen auf den Kunden zugeht. Und das Hauptproblem ist ja, dass die Banken im Bereich Nachhaltigkeit mehr über ihre Kunden wissen müssen, als die Kunden veröffentlichen müssen. Das heißt, es gibt eine Datenlücke, die wird jetzt auch die CSAT nicht schließen, weil ja viele nicht kapitalmarktorientierte KMUs da nicht darunter fallen. Das heißt, es wird immer noch viele Unternehmen geben, die keine Daten veröffentlichen müssen. Und darum haben wir eben diese Lösung entwickelt, die die Datenverfügbarkeit im Bereich Nachhaltigkeit leichter macht, und zwar sowohl für die Unternehmen als auch für die Banken. Und der Vorteil für die Banken ist, dass sie ein besseres Service für die Kunden bieten können, weil die Kunden eben nur einen abgestimmten Fragebogen ausfüllen müssen. Und dass die Banken dann strukturierte, standardisierte und bis zu einem gewissen Grad auch plausibilisierte ESG-Daten bekommen. Sie können das dann über eine Schnittstelle in ihre Systeme importieren und sofort automatisiert weiter verarbeiten. Eigentlich ist das eine Form der zentralisierten Beschaffung, weil ja die Banken im Wesentlichen dieselben Informationen brauchen von den Kunden und sie lagern halt diese Datenbeschaffung an die LKB aus. Und wir sind auch sicher die richtige Partnerin für die Banken. Wir sind ja schon seit, also uns gibt es ja schon seit über 75 Jahren, wir haben eine neutrale Stellung unter den Banken, wir haben auch viel Erfahrung mit IT-Dienstleistungen für Banken, Schnittstellen zu Banken, und wir unterlegen ja auch selbst dem Bankgeheimnis und haben viel Erfahrung mit Datensicherheit. Das heißt, es ist ein Wohlfühlfaktor für die Banken. Der Vorteil für die Unternehmen ist, wie gesagt, dass sie eben nur einen Fragebogen ausfüllen müssen und nicht einen eigenen für jede Bank. Und sie bekommen dann zum Schluss auch eine Übersicht, wie stehen sie denn da mit ihrer ESG-Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen, die auch auf der Plattform sind. Also auch im Sektor nehme ich an, oder? Genau, also man sieht, wie sieht man im Vergleich zu den anderen Unternehmen in seinem Sektor aus. Ganz wichtig ist auch, die Unternehmen bleiben Herr oder Herrin über ihre Daten und die entscheiden selber, wer diese Daten bekommt. Und es ist ja für die Unternehmen auch kostenlos, weil der Vorteil, diese Kostenersparnis eben im Moment eher auf Seite der Banken liegt. Wir planen dann in der nahen Zukunft noch weitere Features einzubauen, die dann zusätzliche Mehrwerte bringen für die Unternehmen und die werden dann voraussichtlich kostenpflichtig sein. Und jetzt ist ja, im täglichen Kontakt mit den börsennotierten Unternehmen habe ich sehr oft die Beschwerde letztendlich, dass viel zu viel ESG-Informationen von viel zu vielen Leuten verlangt werden. Also nicht nur von den Banken, was ich ja noch verstehe, quasi im Tagesgeschäft von euch sowieso. Und der Ruf nach einer einheitlichen Sache ist dann natürlich zu verstehen. Aber es kommen ja auch so Ratingagenturen oder selbsternannte Ratingagenturen raus. Ist es eigentlich Ziel, damit auch irgendeine Information für den Kapitalmarkt für Investoren abzuleiten, eine Art Rating aus dem Data Hub? Naja, wir selber sind ja keine Ratingagentur und wir werden das daher auch in dieser Form nicht machen. Aber diese Darstellung der eigenen ESG-Performance, die soll noch ausgebaut werden, damit man dann einen noch besseren Überblick bekommt und auch Handlungsempfehlungen, in welchem Bereich man sich vielleicht noch da weiterentwickeln sollte. Jetzt ist es so, dass es von Branche zu Branche doch sehr verschiedene Herausforderungen gibt im Bereich ESG und ihr habt es da auch, ich war auf der Homepage kurz und habe mir das angeschaut beim Data Hub, schon einmal ein paar Branchen aufgetan und eigene Fragen, Pools irgendwie gestartet mit, habe ich mal gefunden, Land- und Forstwirtschaft, Bergbau, Öl, Gas, Schwerindustrie, Leichtindustrie, Energieversorgung, Baugewerbe mit der Message von euch, dass das mehr werden wird, dass nach und nach Branchen addiert werden. Dann bitte auch da ein bisschen, was ist da der Plan und warum habt ihr mit diesen Branchen begonnen? Ich denke Basisindustrie Österreich. Ja, der Gedanke war, dass man mal wichtige Branchen, auch solche, die CO2-intensiv sind, abdeckt. Mittlerweile gibt es weitere Fragebögen, also Tourismus und Emotionen. Es ist ganz neu und es ist ganz zentral, dass man die Unternehmen nicht überfordert. Und darum haben wir, wir hatten ja ursprünglich eine Aufteilung in einen Fragebogen für die großen Unternehmen mit einem allgemeinen Teil und einem sektorspezifischen Teil und einem Fragebogen für KMUs. Und da haben wir dann gesehen, weil wir eine sehr partizipative Herangehensweise haben und dieses Produkt eigentlich gemeinsam mit den Banken und Unternehmen entwickelt haben, da haben wir dann gesehen, dass wir dann noch granularer werden müssen und dann gibt es jetzt auch einen eigenen Fragebogen für die kleinen Unternehmen und der umfasst nur 20 Fragen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass alle Unternehmen diese Nachhaltigkeitsdaten bei der Hand haben. Also wie gesagt, bei 20 Fragen geht es los und im schlimmsten Fall sind es dann ungefähr 100 für gewisse Branchen bei den Großunternehmen. Und ich habe das selber probiert, wie lange das dauert, das auszufüllen. Also ich war ungefähr in eineinhalb Stunden fertig, aber unter der Annahme, dass ich die Antworten parat habe. Und Entschuldigung, jetzt muss ich dich fragen, unter welchem Hut hast du das ausfüllen wollen? Für die ÖKB oder für ein fiktives Industrieunternehmen? Ich habe mir ein Unternehmen ausgedacht und habe mal begonnen, da Daten einzugeben. Und man ist eigentlich, wenn man die Daten bei der Hand hat, relativ schnell fertig. Das Problem ist halt, dass nicht alle Unternehmen alle Daten parat haben. Und das ist dann eher das, was Zeit kostet. Nur man wird sich ja diese Arbeit nicht ersparen. Also das Thema ESG und insbesondere ESG-Daten, das ist ja hier, um zu bleiben. Und ich habe das übrigens in Frankfurt bei so einer Veranstaltung vor Banken und Unternehmen ist mir das klar geworden, dass dort das Thema Nachhaltigkeitsdaten für andere Unternehmen bereitzustellen, eigentlich schon sehr groß ist. Und darum ist ja eine der Weiterentwicklungen, die wir in nächster Zeit gemeinsam mit Banken und Unternehmen implementieren wollen, eine Funktion, wo dann die Unternehmen einander ihre Daten aus der Lieferkettenthematik heraus zur Verfügung stellen können. Klingt nach einem sehr sensiblen Bereich, aber natürlich, wo es auch Ängste geben kann bei den Unternehmern, glaube ich, oder? Natürlich. Also unser Ansatz bleibt natürlich, dass nur derjenige die Daten sieht, dem ich die Daten auch freigebe. Also man kann sich das so vorstellen, im Optimalfall lädt die Bank ihren Kunden ein, die Daten einzugeben. Und wenn jetzt andere Banken auch auf der Plattform registriert sind, dann sehen die zwar, dass dieses Unternehmen auf der Plattform ist, aber sie sehen die Daten noch nicht. Das heißt, sie müssen eine Rohdatenanfrage schicken und wenn das Unternehmen dann die Daten freigibt, dann kann die Bank das sehen. Und genauso wird es dann auch bei den Unternehmen sein. Also ich gebe meine Daten aktiv frei und dann kann jemand anderer diese Daten sehen. Zum Beispiel bei Ausschreibungen oder so, wenn ich eine höhere Chance haben will und die Daten freigebe, weil das das ausschreibende Unternehmen oder die Kommune verlangt oder so, kann das so ein Thema sein? Das könnte ein Anwendungsfall sein. Und du hast das in Frankfurt präsentiert. Das ist eine neue österreichische Geschichte. Wieso präsentiert man das in Frankfurt? Ja, wir haben relativ schnell gemerkt, dass das Produkt und diese Idee, dass man hier eine abgestimmte Vorgangsweise findet, die hilft, die EU-Regulatorik zu erfüllen, natürlich nicht nur in Österreich auf Interesse stößt, sondern auch im benachbarten Ausland. Und Deutschland ist ja auch ein interessanter, wichtiger Markt. Man kann ja dieses Produkt auch eins zu eins eigentlich in Deutschland verwenden. Wir haben den Fragebogen ja auch auf Englisch. Also Sie könnten eigentlich weltweit einen Kunden das ausfüllen lassen und die Daten dann, wenn er es freigibt, verwenden. Sehr, sehr spannend, wohin das da geht. Und die Sprache ist momentan Deutsch und Englisch oder nur Deutsch? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wie gesagt, Deutsch und Englisch. Und wir haben auch Interesse aus Osteuropa wahrgenommen. Also den Fragebogen dann in eine andere Sprache zu übersetzen, das ist eher das geringste Problem. Das leichtere, glaube ich auch, kann ich mir vorstellen. Und Osteuropa klingt natürlich auch spannend, wenn man sich die geografische Aufstellung der österreichischen Wirtschaft ansieht. Okay, da sind wir dann wieder auch bei den internationalen Beziehungen natürlich. Ja, wie wird das jetzt in den ersten Wochen, Monaten angenommen, dieser ESG-Data Hub von den Unternehmern? Ja, also bei den Banken fangen wir vielleicht einmal an. Wir haben jetzt ungefähr 300 Institute oder sogar etwas mehr auf der Plattform. Und man sieht schon... 300 Banken? Ja, also das sind auch Bankengruppen dabei, die halt aus vielen Instituten bestehen. Und man sieht schon, dass die Banken unterschiedlich an das Thema Nachhaltigkeit herangehen. Also einige sind da Early Mover und wollen sich auch ganz bewusst als nachhaltig positionieren. Andere verhalten sich eher abwartend und sagen, wir warten mal. Wenn alle anderen mitmachen, dann machen wir auch mit. Und ähnlich ist es natürlich auch bei den Unternehmen. Manche haben schon sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit auf die Beine gestellt. Bei anderen ist das Thema noch nicht so richtig angekommen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ist ja die Idee eigentlich, dass die Banken, die teilnehmen am ESG-Data Hub, dann ihre Unternehmen einladen, die Fragebögen auszufüllen. Da sind sie auch schon dabei. Und wir unterstützen die Banken auch aktiv dabei, auf ihre Kunden zuzugehen. Und wie siehst du Österreich da auf dieser Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit im europäischen Vergleich? Sind wir da gut? Ich habe den Eindruck schon, dass sich die Unternehmen und die Banken da sehr bemühen, auch ihr von der ÖKB natürlich. Aber wie würdest du da Österreich einreihen, zum Beispiel innerhalb der EU? Naja, man kann sich natürlich ambitionierte Ziele setzen und diese Ziele dann noch durch ambitioniertere Ziele übertreffen. Im Endeffekt kommt es darauf an, was man umsetzt. Und sowas wie den ESG-Data Hub, in dieser Form gibt es nicht wirklich woanders. Also wir haben da wirklich etwas Einzigartiges auf die Beine gestellt, das ein ganz großes Potenzial hat. Nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland. Wenn man jetzt ein bisschen weiter den Scope macht und vielleicht so auf OECD-Ebene schaut, da ist mein Eindruck halt, dass die EU hier einen sehr ambitionierten und vielleicht auch manchmal einen bisschen mathematischen Ansatz hat mit der Taxonomie, die ja alle zurzeit sehr beschäftigt. Wir versuchen natürlich auch im Rahmen der Gremien, wo wir da vertreten sind, die Taxonomie auf einer breiterer Ebene zu verankern. Bis jetzt ist halt wenig Interesse von den anderen OECD-Ländern, die jetzt nichts zur EU gehören, wahrnehmbar, weil das halt doch ein recht großer Rechenaufwand ist und im Endeffekt ein Kostenfaktor, der da zusätzlich auf die Unternehmen zukommt. Ich merke es jetzt gerade, wir sprechen jetzt hier Ende Februar, Berichtssaison für die Unternehmen, die Geschäftsberichte müssen fertig werden, sehr viele Nachhaltigkeitsanforderungen auch da. Das Stichwort Taxonomie macht vielen doch Kopfzerbrechen, weil sie vielleicht weltweit tätig sind und das in jedem Land ein bisschen anders gesehen wird. Bitte auch da noch ein paar Worte zur Taxonomie jetzt und hier. Ja, wir sind natürlich als Public Interest Entity mit dem entsprechenden größten Kriterium auch verpflichtet, die Taxonomie-Daten zu berichten. Wir haben dazu dieses Jahr ein großes Projekt gehabt, um die Ermittlung der Taxonomie-Fähigkeit zu implementieren. Jetzt müssen wir dann die Taxonomie-Konformität berichten. Und das ist ja auch für die Banken ein wesentlicher Vorteil vom ESG-Data Hub, dass sie eben mit unserem Tool die Taxonomie-KPI ihre Unternehmen einsammeln können, neben vielen anderen ESG-Root-Daten, die sie halt brauchen für Risikomanagement und so weiter. Und du hast gesagt, du bist kein klassischer Banker. Jetzt waren sehr, sehr viele Zahlen da dabei, natürlich sehr, sehr viele skalierbare Dinge, die, glaube ich, sehr wichtig sind, dass das jemand begonnen hat. Und ich sage einmal, danke dann die ÖKB auch dazu. Was ist das Leihwunde für dich an dem Job? Was macht dir Spaß? Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit muss einem mehr persönlich am Herzen liegen, wenn man so einen Job annimmt, so eine Abteilungsleitung, oder? Natürlich, also es ist sicher einer der interessantesten Jobs in der ÖKB, weil das Themengebiet so breit ist. Und ich habe ursprünglich gesagt, dass ich auch eine Tätigkeit gesucht habe, bei der man einen gewissen Hebel hat, der österreichischen Wirtschaft. Und auch, wenn man jetzt sagt Nachhaltigkeit, wir retten die Welt, eigentlich auch der Welt, was Gutes zu tun. Man kann das Thema halt, sagen wir mal, bürokratisch angehen oder man geht es lösungsorientiert an. Und ich glaube, eine der Stärken der österreichischen Kontrollbank ist, dass wir eigentlich immer sehr schnell darin sind, in einer sehr lösungsorientierten Weise den Firmen Produkte zur Verfügung zu stellen, damit sie erfolgreich sein können und bleiben können. Und dieses schnell und ziemlich unbürokratisch, so gut das halt geht, höre ich auch von vielen Unternehmen, wenn es darum geht, die ÖKB zu beschreiben. Lieber Markus, vielen, ja, das kann ich so weitergeben. Und ich denke, es ist schon ein bisschen eine Erleichterung, wenn man sich auf einen Standard irgendwie einigen kann, wie dieser ESG Data Hub oder Data Hub da letztendlich zu werden scheint. Und auf dieser Reise möchte ich da alles Gute wünschen. Ich spiele meine Abspannmusik. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich habe gesagt, viele Fragen tun sich für mich auf. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Ich würde mich freuen, wenn wir da in ein paar Monaten vielleicht ein Update machen können. Markus, danke, dass du diesen Podcast verstärkt hast. Ich möchte mich bei der Gelegenheit an euch da draußen wenden und sagen danke fürs Zuhören. Und ich bin sicher, es war Etliches auch für euch dabei. Tschau mal von meiner Seite. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme gern wieder. Das machen wir. Tschüss und Baba. Tschüss. Tschüss.